Bosebox, was steht für den 10. Juni in meinem Kalender? Am 10. Juni ab 14 Uhr findet das Kantine Open Air mit HyperCat und Ultraviolet Afterparty statt. Bosebox, setze Freunde, geile Zeit und Alkohol auf meine Liste. Ich setze Freunde, geile Zeit und Alkohol auf deine Liste. Bosebox, spiel meine Kantine 26 Open Air Playlist. Bosebox, spiel meine Kantine 26 Open Air Playlist.